Das Singen ist für mich die schönste und natürlichste Ausdrucksform der Welt. Wer singt hat mehr vom Leben. Man spricht von vielen verschiedenen Gesangstechniken. Ich erkenne nur eine, die mir die Natur gezeigt hat. Und ich halte es für meine Pflicht, alle meine Kenntnisse, die mir klar wurden als Sängerin und Pädagogin mitzuteilen, um leicht, schön und vor allem mit Oberklang singen zu können. Weil der Oberklang ist die Jugend einer Stimme. Wir Sänger haben unseren Körper als Instrument. Und dieser Körper hat keine feste Form wie ein Flügel oder eine Geige. Wir müssen von Fall zu Fall die richtige Stellung zu finden, um das Singen schön und leicht zu machen. Nichts sei zu arg, wenn's da zu dienen, die Männer ohne Barmen zu bestrafen. Das ist ein Volk, so schlecht sind sie, dass man sie gar genug nicht quälen kann. Vor allem jener dicke Schlemmer, der uns verführen will. Das Wichtigste ist, dass man einen gerade Rücken hat, die Schulter runter, kein Hohlkreuz machen und auch die Knie nicht durchdrücken. Pass mal auf. Gerade stehen. Den Becken nach vorne. Ja, ja. Und jetzt? Ja, okay. Nun, wenn man diese Stellung hat, dann können wir von dem Atem sprechen. Man fühlt die Lunge mit Luft. Du machst hier gar nichts. Aber nicht hier. Nicht den Luftballon da. Ich hatte einmal eine junge Sängerin, die bei mir vorgesungen hat. Und ich hab sie gefragt, zeig mal wie du atmest. Da sagte sie, in dem Bauch. In dem Bauch? Hab ich gefragt. Ja, was befindet sich in deinem Bauch? Sie wusste es nicht. Sag ich, da sind die Gedärme. Und wenn die mit Luft gefüllt sind, ist das sehr unangenehm. Doch wenn er kommt, werd ich mich beleben müssen. Was? Ich versteh nicht. Bitte atme mal ein, ja? Soll ich auch singen? Das war einer. Beim Einatmen heben sich und dehnen sich die Rippen. Nichts sei zu arg. Nichts sei zu arg. Nichts nicht. Nichts sei zu arg. Nichts sei zu arg. Nichts sei zu dünnen, die Männer ohne Barmen zu bestrafen. Beim Singen ist es genauso wie beim Tanzen oder beim Sport. Spannung und Entspannung. Und genau so spielt sich meine rhythmische Stütze. Und zwar, wenn ich stütze, dann ziehe ich die Bauchquermuskeln zusammen. Ich drücke sie nicht raus, ich ziehe sie nicht rein, sondern einfach zusammen. Wenn ich spreche, tue ich dasselbe, nur minimal und unbewusst. Ich finde, bei musikalischer Betonung muss ich eben, die Bauchbeckerdecker zusammenziehen. Jetzt singe ich zum Beispiel die Aria des Cherubino. Voi che sapete che cosa è amur, Donne vedete, se io lo nel cuor. Donne vedete, se io lo nel cuor. Tra la speranza sola delle vendette mie, quest'anima consola e giubilar mi fa e giubilar, e giubilar mi fa e giubilar. Da bin ich gespannt, ja. Auf jeder Viertel, ok. Ja. La, i giubilar mi fa e giubilar mi fa e giubilar mi fa e. E giubilar mi fa e giubilar mi fa e giubilar mi fa e. No, das war.. Allisto! So, was ich festgestellt habe, hat sich jetzt verbreitet, diese schlechte Öffnung des Mundes. Alle machen jetzt so, uh, uh, das begreife ich nicht. Weil dadurch kann der Ton nicht mehr schön schweben. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich ein Rohr habe, sagen wir, ein Meter Durchmesser und eine Sekunde lang lasse ich ein Liter Wasser durchströmen, aber wenn ich dieses Rohr verkleinere und die gleiche Wassermenge, gleiche Zeit durchlasse, dann verengt sich das. Es besteht dann nicht mehr ein richtiger Strömung. Das Kinn muss immer ganz locker sein. Dann gibt es noch etwas, was mir nicht gefällt, diese viele Artikulationen, weil das verändert auch den Klang. Das muss man nicht mehr. Ich muss gar nicht. Man muss viel sprechen. Singen ist eigentlich erhöhtes rhythmisches Sprechen. Ich kann meine Stimme auf verschiedene Art verändern. Zum Beispiel, wenn ich sogenannten Vordersitz benutze, sage ich... Oder wenn ich diese Gen-Stellung, wie man sagt... Aber das ist nicht meine Stimme. Und das ist das Problem bei vielen Sängern, dass sie nicht mit ihren eigenen Stimmen singen. Der Ansatz ist sehr schön, aber ein bisschen zu schmal. Also, so... So... Probier mal dieses... Staunen. Schau dich mal an. Schön sein. Schau dich mal an. Schau dich mal an. Und wenn man diesen schönen Atem hat, dann muss man darauf achten, wie man den Ton einfach schweben lassen kann. Schau dich auf deine Stimme aus HonVerin. Oh, je holl' itiner�� oldest. Schau dich mal an. Und chronisch gemeint ist, wie das ist, die Stimme ist so nostra. Das ist sehr wichtig, dass man in der Mundhöhle einen großmöglichsten Raum schafft. Das kann ich so erreichen, dass ich mir vorstelle, die Tür geht auf und da steht ein geliebter Mensch plötzlich unerwartet. Was tue ich dann? Und das ist schon die richtige Öffnung für die Mundhöhle. Du verdunkelst ein bisschen, muss nicht, du hast eine tolle Stimme. Der gleiche am Anfang, fang nochmal an diese Bande. Qual fiamma via nel guardo. Guardo, nicht guardo. Qual fiamma via nel guardo. Und diese Stütze, also ich mache immer die rhythmische Stütze. Also zuerst dieses Zusammensee. So wie vom Husten oder weil. Der Gormensegel hebt sich, das Kinn fällt locker zurück und die Backen haben eine Spannung. Und wenn man das hat, dann kann der Ton schweben. Ich sage immer, den Ton nicht fassen, sondern lassen. mit dem Fiamma Fianne Korto Ich hab das Sonne für dich So, 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 so Helle, du bist immer Dunkelsinger Ich hab das Sonne für dich Diese Saugefühl Als ich anfing zu unterrichten, habe ich auch den Fehler begangen Wie ich das gehört habe von meiner Lehrerin Dann muss ein Vordersitz haben Also erstens, ein Ton kann nicht sitzen Ich kann sitzen, aber der Ton nicht Der Ton muss schweben Rückwärts singen, ja, nicht nach vorne Als ich an der Staatsoper Berlin angefangen habe hatte ich einen sehr guten Kollegen wunderbaren Bariton Und der hat zu mir gesagt Merk dir's, Mädel Beim Singen muss jedes Loch auf sein Nur eins hinten zu Das ist doch sicher Untertitelung des ZDF Ich glaube, ich bin sicher Vierter aus dem